Moin, Lotte! Am heutigen Tag verwandle ich mich in eine Taube. Ja, Lotte, ihr habt richtig gehört, ich bin am heutigen Tag gerade der Lüfte. Sagt man doch, glaube ich so, oder? Bevor es allerdings heute losgeht, möchte ich, ich habe eine wichtige Frage. Bin ich der Einzige, bei dem sowas immer passiert? Das ist doch nicht normal. Seit ich ein Kind bin, haben Kabel in meiner Gegenwart die Tendenz, sich komplett zu verknoten. Und ich dachte eigentlich, dass es jetzt, dass alles wireless ist. Aber das Blöde ist, wireless muss man auch immer wieder aufladen. So, jetzt geht's los, Pigeon Simulator, meine Damen und Herren. Worum geht es in diesem Spiel? Wir sind eine Zaube und müssen, äh, Essen klauen und Leute voll scheißen. Also, ist wirklich so. Ihr seht, oben links, mein Magen ist ein bisschen gefüllt. Ich kann meinen Mageninhalt aber auch ablassen. Das sollten wir allerdings, wir können jetzt hier, da sind unsere, praktisch unsere Feinde. Das Ding ist, ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, wenn wir, wenn wir erwischt werden. So, jetzt erst mal. Zack! Bisschen Soße habe ich abgelassen. Aber ich habe, ich habe mich nicht getroffen. Warte. Zack! Au! Er hat mich gehauen! Hey! Oh, au! Hört auf, mich zu treten! Ich bin eine Taube! Ey! Das macht man doch nicht! Ich bin auch kein Fan von Tauben, aber Tauben soll man nicht treten. Wie wir so rumgehen. Kann ich auch so, so... Ah, guck mal! Aua! Ich wäre kurz dagegen geflogen. You are starving! Scheiße! Ja, ja... Mach ich ja nicht mit Absicht. You can find food... Ah, close! Okay, wir müssen zu... Oh! Da! Da ist Essen! Landung! Schnell! Wir sind am Verhungern! Jam, 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 jam. Und jetzt, genau, jetzt ist auch mein Cod-Level gestiegen. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen Dampf ablassen. Ich würde jetzt am liebsten die Leute hier ein bisschen verscheuchen, weil die haben Essen. Das sieht man hier auf diesem Radar. Aber die werden mich treten. So. Angeblich kann ich auch irgendwo... Oh, oh, vorsichtig. Ah, ja, genau. Ich kann so ein Nest bauen. Ah, dafür brauche ich die Sticks, die hier überall rumliegen. Ach so! Guck mal, jetzt kann ich hier locker... Landung! Sehr gut! Mann! Junge, ich habe kaum noch HP. Jetzt sammle mal den Stick auf. Wie geht denn das? Kann ich nicht. Wieso nicht? Warte mal, kann ich hier... Ich wüsste gern mal, wie ich richtig landen kann. Ah, mit dem RT kann ich ein bisschen sprinten. Ah, das ist Landeanflug. Sehr gut. Oh, hier ist aber noch was zu essen. So, dann landen wir hier mal. Perfekt. So, friss mal ein bisschen was. Regenerieren... Ja, okay, wir regenerieren dabei auch Leben. Wir müssen aber unseren Cod-Speicher ein bisschen mehr auffüllen. Sie... Hören Sie auf, warum treten Sie mich denn? Wer sind Sie denn? Oh Gott! Ah! Hilfe! So ein Foodtruck ist auf mich draufgefallen. Ganz ehrlich, der muss mich doch nicht treten. Ja, hier. Zack, Alter! Nehmt das! Ja, alles voller... Auch gut Deutsch gesagt. Scheiße. So, ich lande jetzt hier. Hier kann ich noch mal was essen. So. Wir müssen nämlich unbedingt HP regenerieren. Die passen doch gerade nicht auf, oder nicht? Weil ich hab... Hier sieht man auf dem Boden, dass hier ein bisschen was abgeht. Aber ich komm da wieder nicht dran. So, warte mal. Wir starten. Ich muss ihn doch erwischt haben. Ja. Ja, ich hab ihn erwischt. Aber er hat sich das einfach nur abgewischt. So, warte. Jetzt geh ich mal hier ran. You are starving. Ja, ich versuch doch schon, Essen zu bekommen. Ja, 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 ja. Ja, ich hab's. Ich hab's. Perfekt. Und weg. Hier gönne ich mir auch nochmal ein. Und hier auch noch. Ah, ich darf auch nicht zu viel rausknüppeln. Weil dann bin ich am verhungern. Warte mal. Hier gönnen wir uns nochmal. Oh ja, hier ist ja ganz viel. Oh, Absturz. Kein Problem. Boah, hier drauf zu landen ist... Oh Gott. Nicht so einfach. Ja, sehr gut. Oh, nochmal einen geilen Burrito. Achievement. Create an explosive food combo. Ah, wegen so einem Burrito. Okay. Ja, dann würde ich gerne bei euch hier einmal. So, langsam. Weil hier ist viel Essen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, den einen hab ich volle Kanne getroffen. Au. Was? Pigeon, weil ich kein Nest hab. Ja gut. Das muss besser werden. Okay. Ich hab das Spiel jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr verstanden. Sodass wir jetzt uns erstmal ein bisschen Essen gönnen. Und ich weiß jetzt zumindest auch, wie man landet. Dann verlieren wir jetzt auch keine HP mehr. Gönnen uns hier. Bam. Und diese Burritos, mit denen kann ich scheinbar eine riesen, riesen Sauerei machen. Pigeon Vision. Oh. Gehen wir hier mal ran. Und dann würde ich gerne mal wissen, wie das aussieht mit dem Stock. So. Alter, wir laden aber jetzt ganz gut auf. Kann ich denn... Ist der zu groß? Muss ich dafür aufleveln? Aber den kann ich auch noch nicht nehmen. Warte mal. Wir fliegen jetzt einfach mal zu einem Nest. Bam. Auf dem Ding drauf. Neat Sticks. Ja, ja. Aber die konnte ich ja eben noch nicht grabben. So, warte. Ich geh nochmal hier runter. Und jetzt hold X. Ne. Also ihr seht das hier. Ich drücke X. Oh, scheiße. Jetzt habe ich gerade... Hä? Was? Das ist eine... Warte mal. Das war ja ein... Au. Oh, Mann. Ich wollte euch doch gerade voll scheißen. Ey, hör auf mich zu treten. Ich muss hier raus. Hey. Au. Oh, Mann. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Aua. Hilfe. Ach. Bitte. Entschuldigung. Hey. Nein. Hör auf mich zu. Au. Mann. Ich bin doch nur eine arme, kleine Taube. So, warte mal. Jetzt kann ich hier scheinbar so eine gute Alde... Boah, das ist gar nicht so einfach. Okay, warte mal. Ah, hiermit kann ich auch noch langsamer werden. Jetzt. Und... Abschluss. Ah. Jawohl. Ich habe jemanden... Ne? Ich meine, das ist ja was ganz Natürliches. So. Lande Anflug. Zack. Gönn mir einen geilen Donut. Hier nochmal schön ein Lütten von... Keine Ahnung was. Hier schön ein Frabucino von Starbucks. Jawohl. So muss das sein. Dann zack. Und hier wieder direkt auch die Landung. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr nice aus. Alter, wir sind gleich... Was? Oh. Ich habe scheinbar... Scheinbar habe ich selber noch eine Explosion ausgelöst. So, jetzt landen wir hier nochmal. Ja, jetzt seid ihr nicht mehr so großkotzig. Und... Ih, was ist denn das? Mann! Ach, weil ich jetzt komplett... Ich bin überfüllt. Okay, warte mal. Dann gucken wir mal. Wie sieht es denn hier jetzt mit so einem Nest aus? Kann ich jetzt die Dinger aufsammeln? Ich meine, ich bin ja voll. So, gute Landung. Ne, ich kann es trotzdem. Egal, was ich drücke. Oh, hier gibt es scheinbar Chili. Und Abschuss! Ah! Den habe ich gut... Oh Gott, Laterne! Aua! So, Jungs. Ich würde jetzt hier gerne einmal von eurem Tisch essen. Aua! Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Alter, das sind Tacos! Mann, warum kann ich denn bei den Tacos nicht landen? So, kurze kleine Landung. Nein, sie sind wieder aufgestanden. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Los! Sehr gut. Erstmal asiatisch. Oh ja, create an explosive food combo. Oh Gott, oh Gott. Was schreien die denn immer so laut? Was ist da hinten? Das ist irgendwas Lilanes. Das stimmt. Was ist das Lilane hier? Bin ich explodiert, weil ich so viel Chili-Konkane hatte? Wisst ihr, weißt du, ich hatte Durchfall und der Durchfall ist nicht raus und dann bin ich explodiert. Aber ich wüsste trotzdem gern, was das hier hinten ist. Hä? Was ist das jetzt? Was? Also, tut mir leid, Leute. Das macht keinen Sinn. Mann, Alter. Ah, aber warte. Ich habe, glaube ich, ich habe ihn zum Teil erwischt. Au. Alter. Hör auf, lass mich fressen. Aua. Oh, oh. Oh Gott, ich muss unbedingt hier raus, Alter. Hier schlägt mich jeder. Mann, verpisst euch. Sehr gut. Poop on a human. Jetzt seid ihr nicht mehr so stark. Jetzt kauert ihr da alle. Oh, Alter, sieht das lecker aus. Da sind so Fleischbällchen drauf. So, hoffentlich explodieren wir jetzt nicht gleich wieder. Ah, hier. Objective. Infest the park. Infest the plaza. Infest the factory. So, da bin ich wieder. Sorry, hat an der Tür geklingelt. Ja, okay. Ich muss jetzt irgendwie infest the park. Aber mache ich das mit dem Nest? Oder indem ich einfach alles vollkacke? So, warte mal, Jungs. Ihr kriegt jetzt erstmal ein bisschen was auf den Kopf. Ja, schreit doch nicht so. So, und dann im Fliegen. Sticks. Ja, genau. Ah. Ah, nice one. So, und jetzt. Vorsichtig. Need sticks. Habe ich den? Ah, ich glaube, ich habe den abgeladen. Jetzt trägt den nächsten. Jawohl. Ah. Ich werde nochmal ein bisschen was ablassen. Hey, Jungs. Oh, Gott, Alter. Das tut ja fast im Ohr weh, so lauf wie die schreien. So, und den nochmal gegrabt. Sehr, sehr nice. Und wieder abgegeben. Aber wann ist denn mein Nest mal fertig? Ah, da. Oh, warte mal. Was kann ich jetzt hier machen? Ich kann Eier legen. Oh. Wie süß. Ah, jetzt brauche ich wahrscheinlich auch gleich noch für die extra essen. Aber ist ja kein Problem. Wir haben, auf gut Deutsch gesagt, viel Scheiße, die wir ablassen können. Ja, ihr seid genauso hässlich wie eure Mutter. So, und jetzt brauchen die wahrscheinlich essen. Ah, Bombenabwurf. Ja, ja, ist ja gut. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir wahrscheinlich rüberfliegen müssen. Und dann... Ja, genau. Kinder, die Pommes. So, guck mal hier. So, guck mal hier. Ja. Äh, hold. Ne, ist für euch die Pommes. Okay, esse ich die Pommes. So, ich habe hier kurz ein bisschen Futter für alle. Ich habe hier Futter. Oder vielleicht doch kein Futter. Jetzt haben die schon wieder hier unten. So, sehr guter Treffer. Aber wieso wollten meine Kinder gerade nichts von mir? So, Donut. Come on, Kids. Donut. Ach so, das wurde jetzt aber schon gefüllt. Kinder. Äh, wieso ist jetzt der Donut runtergefallen? Warte mal, irgendwas konnte ich jetzt auch gerade machen. Warte. Irgendwas konnte ich hier holen. Oh. Ah, den Donut. Ja, toll, den kriege ich nicht mehr. Esse ich ihn halt selbst. Aber doch. Es würde mich wundern, wenn es da einen großartigen Essensunterschied gibt. Ich will jetzt hier nochmal gucken, dass wir hier eine gute Bombe abwerfen. Bomben. Abschuss. Ja, sehr gut. Einmal drehen. Dann einmal hier. Den Donut mitnehmen. Schnell zu meinen Jungs. Und Mädels natürlich. Und Abwurf. Mann. Was war das denn für ein Abwurf? Ich muss da scheinbar echt so komisch landen. So. Kinders. Jetzt ess doch den Bacon. Äh, den Donut. Ich check's nicht, was ich essen soll. Also, was ich machen soll. Hier hau ich nochmal eine Bombe rein. Weil ich muss jetzt ganz schnell mal was essen. Hier. Sehr gut. Einmal Sandwich. Einmal Donut. Danke. Weiß halt nicht, ob ich hier... Ah, tut mir leid. Ich lande hier jetzt nochmal und fress einfach... Oh Gott. Oh Gott. Sir, das tut mir leid. Ich bin nur eine arme Taube. Jetzt landen wir hier mal. So. Sehr gut. Lecker, lecker. Eat flammable foods. Ja, ja. Vielen Dank. Sehr lecker. Sehr lecker. Oh, ich bin auch schon wieder voll. Dann lande ich mal hier bei meinen Jungs. Hier. Warum wollt ihr das denn nicht essen? Ah, warte mal. Aber hier doch. Guck mal, die fressen. Das Ding geht hoch. Seht ihr das? Das ist, glaube ich, sogar gut. Das muss auch hoch. Ich muss mehr fressen. So, wartet. Hier. Nee, 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 nee. Ihr geht jetzt mal schön wieder... In eure komische Stellung. So, dass ich euch hier mal... Meine Kinder brauchen, was zu fressen. So. Komm hier. Und dann kriegen unsere Kinder mal wieder... Aua. Mama hat ein bisschen Scheiße gebaut. So. Ja, ja. Wir haben es fast voll. Ja, wir haben es geschafft. Ah, jetzt haben wir... Unsere Kinder sind jetzt erwachsen. Und wir haben das erste Objekt geschafft. Hier. In feste Plaza. Weil jetzt sind meine Taubenkinder hier. Und sorgen hier für... Ne? Ihr wisst Bescheid. Ah, ja. Hier oben sind meine... Ja! Hier sind meine Freunde. Hi! Also, nee. Nicht meine Freunde. Meine Kinder. Ich glaube, die helfen mir auch. Weil ich da jetzt immer frisches... Frisches Essen finden kann. Oh, da unten spielen Kinder Fußball. Hallo Kinder. Abschuss! Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben unseren Auftrag... Äh, erfolgreich ausgeführt. Wir haben die Stadt... Zu einem besseren Ort gemacht. Was ich sowieso die ganze Folge... Über mal fragen wurde. Wurdet ihr jetzt schon mal angeschissen... Von so einer... Taube? Oder einem anderen Vogel? Ich schon. Hier auf der Schulter. Fand ich toll. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und dann habt ihr jetzt alle noch... Einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.